gerade ein ding ruhig war aber ihr habt gesehen was ihr los war so in die richtung ist noch ein agent verschwunden wollen wir mal schauen dass wir den agent hier auch finden zwei von acht gott welche richtung geht er ja okay dann schütze ich mal da ins haus rein oder auch nicht ich nehme mal hier drei bedrohungen da steht einer da und zwei dings okay natürlich in die richtung ok warum auch nicht wir haben ein spruch abgefahren hier ist der waffen wo baustelle ecke erste und 40 ist das stimmt das nicht das ist eine falle dann nimm mehr jungs mit sei pünktlich wohl nur die knarren ernsthaft hoffentlich hier sind alles aber auch 30er soll der hat sich geportet wie unfair ist das denn bedrohung das heißt hier ist noch eine irgendwo einer hier war doch eben auch noch einer ok markieren wir mal gtf verstärkung anfordert what the fuck welche richtung streng vorrichtung wurde entdeckt da oben von der richtung ok ach du scheiße gleich gleich allen möglichen scheiß alter du lässt den schönen in ruhe so 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 warnung feindkräfte näher an sich vorrichtung wurde entdeckt so mal sehen was du kannst und cool echt so cool Oh. So. Okay. So. Das Problem ist, ich weiß nicht von wo. Irgendwohin da. Warnung! Feindkräfte näher an sich! Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Nicht nachhaltig werden! Geschützt in Position! Auch noch das. Feuer binden! Komm schon! Komm schon! Was denn? Hast du Schiff da drüben? Scheiße! Nein, nein, nein! Fuck it! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Irgendwo da hinten in die Pampa! Ja! Komm schon! Ich brauche Hilfe hier! LRB? Scheiß wollte sie hart! Helft mir mal! Lade nach! Nein! Alles okay! Wir schaffen es! Gott sei Dank! Geschafft! Jetzt sammeln gehen! Jetzt schnell mal sammeln gehen! Danke! Die JTF wird diese Waffen in Safehouse zurückbringen! Zack! Alles mitnehmen! Alles mitnehmen, was wir so kriegen können! Zack! Hier hinten irgendwo habe ich auch noch ein paar Sachen! Zack! Zack! Weil so gerade so munitionstechnisch und so sollte ich eigentlich mal alles mitnehmen, ne? Nicht, dass ich hier jetzt unnötig... Achso! Munition ist voll! Okay! Der Strom kommt über Passway, dank Ihnen! Warte mal! Hier irgendwo war der... Da ist er! Hier! Hier irgendwo war das! Genau da! Die... Der... Genau! Der hatte nämlich in die Richtung gezeigt! Und hier hinten war einer, der hatte nach da gezeigt! So! Das heißt... Eventuell... Genau! Eventuell ist hier oben jetzt einer! Genau! Der zeigt in die Richtung! Hier ist dann einer, der zeigt... Wohin? In die Richtung! Da! Da! Ding! Ne? so dann haben wir gleichzeitig auch mal hier hinten den Waffending fertig gemacht äh ja gleich mal alles eigentlich fertig gemacht können wir gleich mal zum Grindhouse um dort mal ein bisschen unsere Belohnung für das Gebiet abzuholen so schnell mal was getrunken du weißt ja trinken ist wichtig Moin so ist es Welt dank meinem Freund hier gehe ich nirgendwo hin sie sind ein Geschenk Gottes wissen sie das ohne sie hätte ich das alles nicht geschafft ja das weiß ich gerade das der letzte Satz dass du ohne mich nichts äh nein den will ich nicht wie gesagt jetzt mache ich jetzt erstmal noch nicht die Sachen okay hey oh oh alter huh 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 ein Sturmgewehr high end leichtes Maschinenpistole high end off also die Maschinenpistole hat mir auch gefallen ne so ist das nicht jede Eliminierung die er erzielt wird verlängert deren Dauer 20% okay aber ne warum nicht ne man hat ja gesehen hat net äh L 86 das heißt hier mal kurz gucken schluck Gott hm hm Kripp Treffer Kripp Chance und Minderung Bedrohung hm 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 Stabilität und Präzision äh Stabilität und Kripp Uuuh nett nett aber die Magazingröße das wäre mir halt wichtig die Magazingröße macht es nämlich ach da oben sehe ich gerade kritische kritische Treffer Chance 7 Stabilität Kopfschutz hm 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 ja ich glaube dann nehmen wir erstmal D und für die äh die andere die nimmt dann hier ne Stabilität ist ja wichtig bei Scharfschützen gerade gesehen so stumm aber nicht nichts Scharfschützen mäßiges ne ne ich würde Scharfschütze trotzdem lieber behalten Kopfschutz optimale Reichweite und Minderung wär mein ne Anliegen hier so Präzision das passt eigentlich so erweitertes Magazin äh da bleiben wir glaube ich bei der aber hier Stimmt Reflex wie sehr das ist glaube ich da besser Jov gehoben okay das kann hat ein bisschen besser mit Talent äh dann nehmen wir die hier und schauen mal können wir hier irgendwas ja hier ne den Magazin warte mal rein doof so stimmt wegen dem erweiterten Magazin okay okay zack dann kann ich hier das halt machen Feuergeschwindigkeit und denkst ne schick so hoch high end geil da haben wir auch was high end mäßiges und ein neues Bündel und wir kriegen zwei Sachen einmal die L86 LSW Militär und die M1A okay das gefällt mir gefällt mir wie sieht's denn hier dann aus oh das ist ein Präzisionsgewehr das ist ein Präzisionsgewehr oh 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 ja das wird eindeutig dat ne also also skaha alles was die skaha anhat das müsste der hier sein na ja dann müsste das hier ist das der nee dann ist das die und dat so hat zwar nicht so viel wie hier also dieses ding hat er zwar nicht ne aber da scheiße ich jetzt an sich mal drauf ne dann natürlich Ersthelfer Schoner warte mal dann nehmen wir da mal die Ersthelfer Schoner ab exotische Schaden Minderung mobile deckung oder befestigung Schaden Minderung ich glaube befestigungswürder mir passen sag ich jetzt mal so da nichts da auch nichts da haben wir zwar was bekommen aber ne warte mal ne ok dachte gerade schon da ist auch nichts bling bling alle Ausrüst überlegen oder high end ist auch schön so hier wollte ich nochmal gucken auch nichts ok schick dann einmal speichern als alpha dann will ich gerade die high end waffen will ich mal ins lager packen die behalte ich mal was hier habe ich ja auch noch was sind wir da packen und deswegen wir deswegen wir das ding so scheiße da war auch die ah ok ok alles ok alles ok ich dachte gerade nur so scheiße da waren ja auch sachen die ich jetzt ding müsste durch quetschen so dann lasst mal schauen dass ich hier ein bisschen was verkauft kriege werden wir uns auch gleich werden wir uns auch gleich mit 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 Untertitelung. BR 2018